Dann haben wir heute, bis und somit freuen, die Unterstützung von Grover. Dort könnt ihr Technik-Dinge mieten, wenn ihr zum Beispiel einen Laptop braucht für eine gewisse Zeit. Könnt ihr hier reingehen und sagen, ich möchte einen Laptop mieten. Die kosten sowas monatlich ab 40, 50, 60 Euro, hoch bis 120 Euro, je nach Modell Apple Laptops. Und dann könnt ihr hier zum Beispiel sagen, ich will ein MacBook Air 2018. Und wenn wir hier reinschauen, was da passiert, man kann eine Mindestlaufzeit angeben für den Mietvertrag. Und je kürzer die Laufzeit, desto teurer wird die monatliche Rate. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich nehme zwölf Monate, brauche ich ein MacBook Air, um ein Projekt zu machen oder irgendwas zu überbrücken. Oder ich will halt das monatlich bezahlen. Dann kann ich hier sagen, ich will das hier mieten. Und dann schaue ich mal in den Mietkorb hinein. Und dann kann ich auch sehen, hier gibt es jeweils eine Kaufoption für dieses Gerät. Und zwar ist es jetzt bei dem Gerät so, wenn man es 34 Monate lang gemietet hat, dann kann man es für einen Euro kaufen. Oder ihr könnt auch nach einer gewissen Zeit sagen, nee, ich will jetzt die verbleibenden Monate sofort bezahlen und dann behalte ich das Gerät dauerhaft. Oder ihr sagt nach der Mindestlaufzeit zwölf Monate. Ich will es nicht mehr und weg damit. Und dann kommt ein neues. Dann ist das weg und ihr habt das nicht mehr. Und dann ist das eben weg, genau. Und ihr könnt auch sagen, ich brauche was für eine kürzere Zeit, für eine längere Zeit. Ihr seid da recht flexibel mit der Auswahl. Für einen Laptop, wenn ihr für einen Praktikanten ein iMac hinstellen möchtet, gibt es dort. Auch wenn man nach All-in-One-PCs schaut zum Beispiel. Sieht man hier, iMacs gibt es für 120, 210 und so weiter. Mac Mini für 55 Euro. Solche Angebote gibt es dort. Die Sachen sind zu 90 Prozent versichert, wenn was schief gehen sollte, wenn das Gerät beschädigt werden sollte. Und dann habt ihr dort die Möglichkeit, Technik zu mieten, monatlich zu bezahlen. Darüber abzuzahlen, zu behalten, abzukaufen oder eben wieder zurückzuschicken nach Ablauf der Mindestlaufzeit, die ihr selber wählen könnt. Geht mal auf grover.com. Mit unserem Gutscheincode Bitsunso 60 gibt es 60 Prozent Rabatt auf den ersten Monat. Einmalig einsetzbar pro User und dann habt ihr dort die Möglichkeit, Dinge zu mieten. Gutscheincode ist auf der Shownotes, in den Shownotes von der 643. Herzlichen Dank für die Unterstützung an Grover.